Die Unikredit Bank Austria AG, bekannt unter ihrer Marke Bank Austria, ist nach der Bilanzsumme und dem Kernkapital das größte österreichische Bankinstitut und hat ihren Sitz in Wien. Seit dem Jahr 2005 ist die Bank im Mehrheitsagentum der Unikredit SPA, einer in Europa tätigen Großbank mit Hauptsitz in Mailand. Im Jahr 2008 wurden die Minderheitsaktionäre mit einem Squeeze-out zum Verkauf ihrer Aktien gezwungen und die italienische Unikredit wurde fast 100%ige Eigentümer in der Bank. Mittwoch, 20. Mai 2008 wurden die Anteile an der Wiener und der Warschauer Börse nicht mehr gehandelt. Die Bank Austria ist in Österreich mit Finanzdienstleistungen für Privatkunden, Firmenkunden und die öffentliche Hand aktiv. Sie vertreibt Finanzprodukte aus den Bereichen Bauen und Emptwohnen, Wertpapiere und Leasing. Die Bankengruppe ist außerhalb Österreichs stark in den mittel- und osteuropäischen Ländern vertreten. Wo die Bank einen großen Teil ihres Gewinns erwirtschaftet, von den 35.882 Mitarbeitern per 30. Juni 2015 waren ca. 81% im Ausland beschäftigt. Seit Anfang 2007 ist die Bank Austria für die Steuerung der CEE-Tochterbanken der Unikredit Group verantwortlich. Dadurch ist sie auch für 20 Länder zuständig, in denen sie bisher gar nicht vertreten war. In acht Ländern davon haben auch Unikredit und HVB noch keine Niederlassungen. Nicht behalten konnte die Bank Austria jedoch ihr Polengeschäft, wo sie über die Tochterbank BPH besonders gut vertreten war. Im Jahr 2015 wurde bekannt, dass die Bank Austria die Anzahl der Privatkundenfilialen stark reduziert und das Ostgeschäft an Mailand abgibt. Unternehmensgeschichte Aus dem Zusammenschluss der Zentralsparkasse der größten Sparkasse Österreichs im Eigentum der Gemeinde Wien und der zu diesem Zeitpunkt wirtschaftlich angeschlagenen Länderbank, deren Alleinaktionärin die Republik Österreich war, entstand 1991 die Bank Austria Aktiengesellschaft. Das aus dieser Fusion hervorgegangene Institut war die größte Bank Österreichs noch vor der Kreditanstalt Bankverein. 1996 beteiligte sich die Deutsche West-LB mit 9,1% an der damaligen Bank Austria Aktiengesellschaft. Nachdem der 51% Staatsanteil an der Kreditanstalt zur Privatisierung ausgeschrieben worden war, bekam die Bank Austria trotz heftiger politischer Querelen und Interventionsversuche im Jänner 1997 den Zuschlag für umgerechnet 1,25 Milliarden Euro. In der Folge führte dieser Verkauf beinahe zu einer Aufkündigung der damaligen Rot-Schwarzen Koalition seitens der ÖVP. Im Gegenzug verkaufte die Bank Austria Anteilsverwaltung Zentralsparkasse für 8,24 Milliarden. ATS die Mehrheit an der Girokredit an die erste österreichische Sparkasse. Im Februar 1998 verkaufte der Bund sein letztes Aktienpaket an der Kreditanstalt. Bis September wurden die verbliebenen Aktien in solche der Bank Austria getauscht, die ab diesem Zeitpunkt alleine an der Wiener Börse notierten. Mit Verschmelzungsvertrag vom 4. Juni 1998 wurde die Kreditanstalt AG am 24. September in die ursprüngliche Bank Austria Aktiengesellschaft verschmolzen. Verschmolzen Zuvor wurden der Bar-Geschäftsanteil an der LB-Fondsberatungsgesellschaft M.B.H. In Wien die beiden Auslandsfilialen der Bank Austria und der Kreditanstalt sowie der Bank Austria Vermögensteil-Teilbetrieb Auslandsgeschäft in die Bank Austria Kreditanstalt International AG eingebracht. Mit gleichzeitiger Umfirmierung der Bank Austria Aktiengesellschaft in Bar Holding AG wurden durch Übertragung des Betriebes Unternehmen Bar gemäß Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom 4. September 2000 die bisherige Bank Austria sowie nach mehreren weiteren Übertragungen von Auslandsunternehmen des alten Bar-Zirka-Konzerns in diese auch die Bank Austria Kreditanstalt International AG in die am 18. September 1996 gegründete Sparkasse Stockerau Aktiengesellschaft verschmolzen. Letztere, deren Sitz zuvor von Stockerau in die Bar-Zentrale in Wien verlegt wurde, wurde gleichzeitig mit den Verschmelzungen in Bank Austria Aktiengesellschaft umfirmiert und ist damit als Bank Austria neu die heutige Unikredit. Bank AG Der nunmehr verbliebene Firmenmantel der Bar Holding AG wurde mit Wirkung vom 2. Februar 2001 sowie der der Bank Austria Kreditanstalt International AG mit Wirkung vom 7. November 2000 im Firmenbuch gelöscht. Nach weiteren Übernahmen und Verschmelzungen aus dem Bar-Konzern erfolgte bei gleichzeitiger Umfirmierung der Bank Austria Aktiengesellschaft in Bank. Austria Kreditanstalt AG Mittwoch, 13. August 2002 Eine neuerliche Verschmelzung durch Übernahme einer Kreditanstalt AG Mit Wirkung vom 27. September 2008 wurde die Bank Austria neu in die heutige Unikreditbank AG umfirmiert. Die Bayerische Hypo Vereinsbank übernahm im Jahr 2000 die Bank Austria durch Aktientausch. Die Bank Austria notierte letztmals im Februar 2001 an der Wiener Börse. In Folge tauschten HVB und Bank Austria Beteiligungen aus, wobei die Osteuropa-Beteiligungen überwiegend zur Bank Austria kamen. Die West- und Außereuropäischen Beteiligungen zur HVB. Nach der gesellschaftsrechtlichen Verschmelzung der Bank Austria mit der Kreditanstalt im Jahre 2000 hieß der neue Bank Austria Bankkonzern bis 1. April 2008 Bank Austria Kreditanstalt AG. Im März 2003 wurde ein Teilbörsengang der Bar Zirka beschlossen, die Erstnotiz der Aktie erfolgte im Juli 2003 in Wien. Die Bank notierte als erstes ausländisches Unternehmen mit Zweitnotiz an der Warschauer Börse. Übernahme durch Unikredit 2005 Akquisitionen im Juni 2005 wurde bekannt, dass die italienische Großbank Unikredit SPA, die HVB und damit auch die Bar Zirka übernehmen werden würde. Im Juli 2006 erwarb die Unikredit die bisher von der HVB gehaltene 77,5% Beteiligung an der Bar Zirka. Ende 2006 übernahm die Bank Austria Kreditanstalt AG im Wege einer Kapitalerhöhung in Form von Aktien der Gesellschafterin Unikredit Italiano SPA aus den Teilbetrieben des Mittel- und Osteuropa-Geschäfts die Rolle als Osteuropa-Subholding der Unikredit Group. 2007 wurde die Neuordnung des Osteuropa-Geschäftes abgeschlossen, die Bar Zirka war nun das Kompetenzzentrum für Osteuropa mit Ausnahme Polens. 2006 wurde auch die eigene Fondsgesellschaft der Bank Austria, die Capital Invest in die Unikredit-Fondsgruppe Pioneer integriert. Die kroatische Splitska-Banka, die 2002 von der Bank Austria um 132 Millionen Euro erworben worden war, wurde im Zuge der Eingliederung in die Unikredit an die französische Soziete Generale um rund eine Milliarde Euro veräußert, um den EU-Kartellrichtlinien gerecht zu werden. Da die Unikredit bereits Mehrheitseigentümerin des kroatischen Marktführers Zagrebaka-Banka war, die wie die anderen Beteiligungen in Zentral- und Osteuropa an die Bank Austria übertragen wurde. Im Dezember 2006 wurde der Kaufvertrag zur Übernahme der russischen Atombank für 424 Millionen Dollar unterschrieben. Im Jahr 2007 übernahm die Bank Austria von der nunmehrigen Schwestergesellschaft HVB sowie einigen Minderheitsaktionären 100% der Anteile an der International Moskauer Bank, eine der größten Auslandsbanken in Russland. Außerdem wurden 2007 und 2008 große Banken in Kasachstan und der Ukraine erworben, wobei die kasachische Beteiligung 2014 wieder verkauft wurde. Während der Finanzkrise im Jahr 2007 konnte die Bank Austria ihren Fortbestand ohne direkte staatliche Unterstützung sicherstellen. Neuer Markenauftritt Immobilienverkauf 2008 Seit 1. April 2008 besitzen die Bank und ihre Töchter einen neuen Markenauftritt. Gesellschaftsrechtlich wurde der Name der Bank mit Wirkung vom 27. September 2008 auf Unikreditbank Austria AG umfirmiert. Die Logos wurden auf Unikreditgruppenstandard gebracht. Auch die identitätsstiftende, rote Welle, das bisherige Firmenlogo, wurde durch den zum Pfeil stilisierten Unikredit-Einser auf roter Kugel ersetzt. Die Dachmarke Unikredit Group sollte ebenso etabliert werden. Der außenwirksame Markenname wurde auf Bank Austria vereinfacht, wodurch die Kreditanstalt aus dem Bild des Unternehmens nach außen verschwindet. Die Schrifttat wurde der der Mutter angepasst. Eine derartige Änderung wurde in allen Unikreditunternehmen zeitgleich umgesetzt, daher hat auch die Hypovereinsbank ein neues Logo bekommen. In den Zentral- und Osteuropatöchtern der Bank Austria wurde diese Markenanpassung bereits vollzogen. Nach bereits länger andauernden Spekulationen über einen Verkauf einiger traditionsreicher Immobilien im Rahmen der Neustrukturierung der Bank gab. Der Vorstand am 31. Jänner 2008 bekannt, dass sowohl die ehemalige Länderbankzentrale am Hof als auch die ehemalige Z-Zentrale in der vorderen Zollamtsstraße, welche zu diesem Zeitpunkt noch offizieller Firmensitz des Unternehmens war, bis Ende Mai 2008 an den Bestbieter veräußert werden. Den Zuschlag für beide Objekte erhielt im August 2008 die österreichische Signer Holding von René Benko. Im Jahr 2014 starteten die Bauarbeiten des Austria Campus, der nach Fertigstellung als neue Zentrale der Bank Austria dienen wird. Aufgrund zweirechtlicher Vorgaben musste die Bank Austria im Mai 2008 ihr Archiv der 150-jährigen Geschichte öffnen, das damit der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Eine Vergleichsvereinbarung mit österreichischen Holocaust-Opfern verlangt die lückenlose Offenlegung der Bankaktivitäten während der NS-Zeit. Weiter stellt eine Denkmalschutzbestimmung des österreichischen Staatsarchivs im Namen des öffentlichen Interesses die Akten von 1933 bis 1967 von 74 Banken und Unternehmen unter Schutz, in denen auch die Vorgängerinstitute der Bank Austria erwähnt werden. Im historischen Archiv der Bank Austria genannten Archiv sind alle geschichtlich relevanten Dokumente der Bank und ihrer Vorgängerinstitute gesammelt. Am 1. Oktober 2009 übernahm Willi Baltschernko den Vorstandsvorsitz der Bank Austrian von Erich Hampel, der als stellvertretender Vorsitzender in den Aufsichtsrat wechselte. Im Zuge einer Neustrukturierung im Jahr 2010 reintegrierte die Bank Austria die Investmentbanking-Aktivitäten der 100%-Tochter Unikredit CAIBRG, das Trangierie und die Liquiditätssteuerung sowie die Kompetenzlinien. Die Muttergesellschaft Unikredit stärkte die Kapitalbasis der Bank Austria durch den Erwerb von rund 29 Millionen Aktien mit 2 Milliarden Euro. Mit 242 Millionen Euro Nettogewinn und einer Bilanzsumme von 201 Milliarden Euro im ersten Quartal 2010 ist die Bank Austria die ertragsstärkste und Eigenkapital stärkste Großbank Österreichs. Zu ihren österreichischen Kunden zählen 88% der Großbetriebe, 68% der Mittelbetriebe und 45% der Kleinunternehmen. Das Netzwerk der Bank Austria umfasst rund 300 Geschäftsstellen und rund 8000 Mitarbeiter in Österreich. Der Hauptsitz der Bank ist in Wien. Im Februar 2013 gab die Bank bekannt, bis 2015 mehr als 100 ihrer ca. 350 Niederlassungen in Österreich schließen zu wollen. Parallel solle ein sozialverträglicher Personalabbau auf 10.000 Mitarbeiter erfolgen. Nach Angaben der Bank sind seit 2011 bereits 400 Stellen abgebaut worden, denen bis 2015 weitere 400 folgen sollen. Im Dezember 2013 wurde verlautbart, dass die Bank ihre Unternehmenszentrale am Wiener Schottenring für 125 Millionen Euro an eine private Stiftung des Investors Ronny P. Zieg verkauft hat. Der Standort wird allerdings bis Ende 2016 weiterhin von der Bank genutzt werden. Im Oktober 2015 wurde bekannt, dass die Bank Austria den Verkauf des Privatkundengeschäfts an die BOWAG erwog. Im Dezember 2015 wurde stattdessen entschieden, das Privatkundengeschäft zusammenszustreichen, 70 von 190 Filialen zu schließen und massiv Kosten zu sparen. Außerdem soll das Ostgeschäft nach Mailand abgegeben werden. Unternehmensführung und Aufbauorganisation Aktivitäten in Zentral- und Osteuropa Die Bankengruppe ist außerhalb Österreichs stark in den mittel- und osteuropäischen Ländern vertreten, wo die Bank einen großen Teil ihres Gewinnes erwirtschaftet. Die Unikredit Group umfasst aktuell rund 9.000 Filialen und über 148.000 Mitarbeiter in 20 Ländern Europas. Seit Anfang 2007 ist die Bank Austria für die Steuerung der Tochterbanken der Unikredit in Zentral- und Mitteleuropa verantwortlich. Das CEE-Netzwerk der Unikredit umfasst 3.500 Niederlassungen in 14 Ländern aktiv und in zwei Ländern repräsentativ mit rund 64.400 Mitarbeitern. Durch dieses Netzwerk sollen international tätigen Unternehmen grenzüberschreitende Services angeboten werden. Das Engagement der Bank Austria in Zentral- und Osteuropa hat Tradition. Nachdem die Auslandsniederlassungen der Kreditanstalt und der Länderbank mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs aufgegeben werden mussten, eröffnete die Kreditanstalt 1975 als erste westliche Bank eine Auslandsrepräsentanz in Budapest. Unter den Voraussetzungen völlig verschiedener Wirtschaftssysteme 1997 wurden die Zentral- und Osteuropa Aktivitäten von Kreditanstalt und Bank Austria in eine Holding als Steuerungs- und Management-Einheit eingebracht, die dann in der neu geschaffenen Bank Austria Kreditanstalt International aufging. Ein Jahr später wurden in der Bank Austria Kreditanstalt International alle Auslandsniederlassungen und sämtliche ausländische Bankbeteiligungen unter einem Dach vereint. Die Bank Austria Kreditanstalt International ist von Beginn an die größte Auslandsbank mit flächendeckender Präsenz in Zentral- und Osteuropa. Seit 2007 steuert die Bank Austria nun das komplette Geschäft der Unikredit Group in Zentral- und Osteuropa mit Ausnahme von Polen. Smart Banking Unter dem Begriff Smart Banking bietet die Bank Austria ihren Kunden persönliche Betreuung per Videotelefonie an. Dabei wird an einem PC oder Tablet mithilfe der Software Citrix GoToMeeting eine gesicherte Verbindung zum persönlichen Berater aufgebaut, mit dem der Kunde alle Bankgeschäfte abwickeln kann. Einzige Ausnahmen bilden Hypothekarkredite sowie die Eröffnung von Spar- und Girokonten. Das Beratungsgespräch wird aufgezeichnet und mindestens sieben Jahre lang gespeichert. Die Smart Banking-Betreuer stehen den Kunden von Montag bis Freitag, 8 Uhr bis 20 Uhr, per Videotelefonie zur Verfügung. Weitere Kontaktmöglichkeiten bestehen über Telefon, Online-Banking, E-Mail, SMS und auf dem Postweg. Für allgemeine Serviceleistungen können sich Kunden rund um die Uhr an die 24H-Service-Line wenden. MegaCard Die MegaCard ist als Marke der Bank Austria ein Angebot für Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren. Sie bietet kostenloses Konto, Bankkarte und Service. Zusätzlich gibt es Ermäßigungen auf Tickets für Veranstaltungen, Gewinnspiele und einen Online-Bewerbungscheck direkt auf Facebook. NFC-EC-Kartenzahlung Im Herbst 2015 kündigte die Bank als erste in Österreich die EC-Kartenzahlung über Android-Smartphones an. Seit 1. Jänner 2016 können mit einer speziellen App bei sogenannten Nahfeld-Kommunikationsterminals Beträge bis zu 25 Euro kontaktlos abgebucht werden. Kennzahlen Basisdaten Bilanzsumme 191.442 Millionen Euro Ergebnis vor Steuern 803 Millionen Euro Eigenkapitalrendite nach Steuern 6,9 Prozent Beschäftigte 6903, 35.919 Geschäftsstellen 225, 1585 Sponsoring Die Bank Austria fördert besonders den Kunst- und Kulturbereich und zählt zu den größten Sportsponsoren in Österreich. Die wichtigsten Kooperationen im Sozialbereich sind Caritas und SOS Kinterdorf. Das Bank Austria Kunstforum Wien ist ein Museum an der Freium 8 im Erste Wiener Gemeindebezirk. Neben klassischer Moderne und den Avantgarden der Nachkriegszeit werden seit dem Jahr 2000 auch zeitgenössische Künstler ausgestellt. Die Bank Austria ist nicht nur Namensgeber, sondern auch Hauptsponsor des Kunstforums. Mit rund 250.000 Besuchern befindet sich das Bank Austria Kunstforum in der Liste der 20 meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Wiens. Die Bank Austria verleiht den höchst dotierten Kunstpreis in Österreich. Der Preis wird in vier Kategorien vergeben. In den Kategorien Regional und International werden Kulturinitiativen und Kunstprojekte ausgezeichnet. Während in der Kategorie Kunstvermittlung jenes Projekt gewinnt, das den Menschen Kunst am besten näherbringt. Zudem wird auch ein Preis für Kulturjournalismus vergeben. In einer Kooperation mit dem Radiosender Öhe 1 fördert die Bank Austria junge Künstlerinnen und Künstler, welche noch in Ausbildung stehen. Hierzu müssen die Studierenden von ihren Professoren nominiert werden. Als Gewinn erhalten sie unter anderem ein Radio-Feature und ein Preisgeld in der Höhe von 10.000 Euro. Zudem haben sie auch noch die Möglichkeit, ihre Werke in der Kassenhalle des Haupthauses der Bank Austria in der Schottengasse auszustellen. 2006 begann die Bank Austria gemeinsam mit dem Konzertveranstalter Janice junge Musikerinnen und Musiker auszuzeichnen. Der Bank Austria Artist of the Year erhält neben zahlreichen Auftrittsmöglichkeiten auch eine eigene CD-Produktion. Die Bank Austria arbeitet mit einer Reihe namhafter karitativer Organisationen zusammen. Der Fokus liegt dabei auf langjährigen, nachhaltigen Kooperationen mit den Schwerpunkten Kinder und Jugendliche sowie Integration, Migration. So unterstützt die Bank Austria etwa seit 2008 SOS Kinderdorf in Österreich. In jedem der 11 Dörfer hat die Bank Austria mittlerweile eine Hauspatenschaft übernommen. Im Bereich Migration und Integration versucht die Bank Austria ebenfalls Impulse zu setzen und Unterstützung anzubieten. Die in Zusammenarbeit mit der Caritas entstandenen Projekte Brunnenpassage, Käfig League und FC Bayern Youth Cup bieten Kindern und Jugendlichen mit oder ohne Migrationshintergrund die Gelegenheit, vorbehaltslos miteinander in Kontakt zu kommen. Des Weiteren arbeitet die Bank Austria unter anderem mit den Kliniklauns Austria, DEBRA Austria, einer Selbsthilfeorganisation für Schmetterlingskinder, der Sankt-Anna-Kinderkrebsforschung, der Volkshilfe Österreich-Aktion Armut tut weh sowie dem Bank Austria Familienfonds zur Unterstützung von Familien in Krisensituationen zusammen. Sport die Bank Austria zählt zu den größten Sportsponsoren Österreichs. Im Vergleich zu anderen Förderern werden ausschließlich Vereine und Events und keine Einzelpersonen unterstützt. Des Weiteren ist die Bank Austria Partner des Paralympischen Komitees in Österreich. Die Unikredit ist seit 2009 2010 offizieller Sponsor der UEFA Champions League. Neben zahlreichen Kundenturnieren veranstaltet die Bank Austria auch jährlich zwei Spezialturniere für Freiberufler. Zum einen den Bank Austria Medical Cup in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer Wien und zum anderen die Bank Austria Tax & Amplotrophy in Kooperation mit den Kammern der Notare, Rechtsanwälte und Wirtschaftstreuhänder. Bereits seit 1994 unterstützt die Bank Austria den österreichischen Rollstuhltennisverband. Durch die Vergabe des Bank Austria Sozialpreises sowie des Innovationspreises will die Bank Austria einen zusätzlichen sozialen Beitrag leisten. 2013 wurde erstmals der Bank Austria Sozialpreis in jedem österreichischen Bundesland vergeben. Eine Expertenjury trifft zuerst eine Vorauswahl und per Internet-Voting werden dann die Sieger gewählt. Zu den Gewinnern des Bank Austria Sozialpreises 2013 zählen unter anderem das Kinderhospiz Mamo in Wien, das Caritas Lerncafé in Vorarlberg und die Organisation Pferde bringen Sonne ins Leben aus Kärnten. Beim Innovationspreis werden innovative Ideen und Lösungen für aktuelle gesellschaftliche Probleme ausgezeichnet. 2013 wurde Innsbruck als Zielregion des Bank Austria Social Innovation Awards ausgewählt. Unter dem Motto Barrierefrei im Kopf wurden Lösungen für im Alltag benachteiligte bzw. diskriminierte Menschen gesucht. Der Preis ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert.